und damit herzlich willkommen mein name ist ernecke schön dass du mit dabei bist bei einem neuen display hier auf meinem kanal wir spielen stray und das schöne ist wir sind eine katze wir sind ganz wir sind eine ganz kleine niedliche katze ich habe keine ahnung worum es geht ich spiele das völlig blind aber ich bin schon sehr ich bin echt richtig richtig gespannt und naja gut steuerung braucht man jetzt nicht wir gehen zurück ich würde sagen wir fangen einfach mal an und wünsche euch viel spaß dabei und das fängt an mit einer regnerischen nacht mit einem ziemlich großen mond wie ich finde das ganze spielt einer cyberpunk welt und und da sind wir das wollen niedlich rosti niedlich okay das ist echt geil das ist richtig cool was soll das wird geputzt werden machen boah ist das niedlich ein bisschen spielen ein bisschen kuscheln voll toll wir können miauen wir können miauen boah das war ja geil habt ihr die augen gesehen boah voll super ich mag oh schlafen zeit na gut boah ich freue mich voll auf das spiel es ist total toll ich mag katzen wenn sie haben hunger nerven so ein bisschen aber sonst ist es alles super boah voll cool boah da feiler ist ja auch also der schmetterling ist richtig schön gemacht gefällt mir mega gut was ich dazu sagen muss es gibt keine menschen menschen sind irgendwie weg aber es gibt noch andere tiere ich meine es gibt roboter denen wir irgendwie helfen müssen oder so ich habe mich da so ein bisschen reingelesen aber habe es mehr oder weniger überflogen und es hat mich halt gleich irgendwie das spiel hat mich gleich voll abgeholt und deswegen habe ich mir gedacht kapitel 1 innerhalb der mauer ich meine es gibt zwölf kapitel oder weiß ich nicht ich sag am besten gar nichts ich glaube es gibt zwölf kapitel und ja wir lassen uns einfach mal überraschen jetzt streunern wir übrigens ein bisschen rum stray heißt auf deutsch streunen und schätzen wir das machen wir jetzt das spiel legt sehr viel wert auf erkundung und auf die haupt story ok let's go boah ist das voll cool gemacht also die grafik ist ja mal mega aber in der suppe möchte ich jetzt auch nicht rein genau wir können so einen speziellen katzenblick als ob dann irgendwie der katze eine gopro hin auf rücken geschnallt hat dann können wir das quasi so in der ego perspektive sehen und laufen können wir auch ok schnell laufen ich finde das voll toll oh ja krallenschärfen wichtig das schneller machen ah ok voll cool genau jetzt mal genug trinken for the long journey da geht es aber tief runter ok voll toll richtig toll gemacht so Boah nice Also wirklich Richtig richtig klasse Oh was ist da Human Personal Also so springen können wir nicht Also wir werden schon Halte A gedrückt um Sprüngeln zu verknüpfen Ah ok Aber wo sind wir hier Innerhalb der Mauern Von welchen Mauern reden wir Ja hat er etwas anzuschauen das ist schon geil gemacht okay das rohr reiht neigt sich ein bisschen und lass mich raten wenn nein das war eine unsanfte landung ich hoffe uns ist nichts passiert wir lahmen hinten völlig außer kräften okay jetzt haben wir uns ein bisschen ausgeruht und ich schätze mal unserer foto geht es jetzt besser erst mal putzen genau und dann sehr gut aber mal uns ein bisschen umgucken oder kann ich das nicht ich gerne mal ein bisschen umgucken weil das spiel legt ihr halt wie gesagt sehr viel wert auf erkundung aber da ich eine katze bin kann ich ja nicht irgendwelche knöpfe drücken oder so gut also hier scheint nichts zu sein die laufen erst mal ruhig weiter aber ich finde es gut die katze guckt schon zu diesem eingang und lotst uns da quasi schon hin dann wollen wir mal die totenstadt na das leute ja es verspricht ja vieles hat er irgendwas War da unten irgendwas? Hi. Wir werden beobachtet. Wir machen ganz schön Krach. Ich möchte da rüber. Okay. Ah, ein Roboter. Das sind diese Roboter, die ich... Wo sind denn die anderen hin? Hm, okay. Noch so eine Kamera. Also wir werden auf jeden Fall beobachtet. Ich weiß aber nicht, von wem... Warum? Boah, guck mal. Hier, die Sterne. Die sind ja geil aus, ne? Also... Man könnte ja meinen, dass der Himmel gar kein richtiger Himmel ist, ne? Der sieht ja aus wie so ein Raumschiff mit so ganz vielen verschiedenen... Na, wir müssen uns das mal jucken. Erst mal kratzen. Gut. Help. Okay, ich schätze mal, wir müssen uns hier ein bisschen beeilen. Hoffentlich verarscht der uns nicht. Follow me. Okay, wir werden beobachtet. Aber ich weiß nicht, von wem. Aber der möchte, dass wir ihm folgen. Wahnsinn, wirklich. Oh, was ist das? Ganz ehrlich, ich hab keine Ahnung. Alles klar, wir können aber auf jeden Fall... Müssen wir damit irgendwas machen? Können wir damit... Wasser holen? Beispielsweise? Keine Ahnung. Hier können wir noch hoch. Können wir da auch hoch. Hervorragend. Ich weiß halt nicht. Ah. Okay. Sehr geil. Sehr geil. Wäre ich... Das war Glück. Das war definitiv Glück. Ähm. Okay. Paint? Paint. Ich schubst das alles runter. Ich hab keine Ahnung, was er damit machen soll. Okay, hier ist noch blau. Hm. Die alte Lieben, was für den Katzen sowas tun. Oh, guck mal, die kleinen Tapsen. Hat's ein bisschen so aufgepasst. Okay. Ähm. Gut. Wir folgen ihm einfach mal, ja? Ich hoffe, das hat alles seinen Sinn und Zweck. Was ist das? Ah, trinken. Okay. Ja, trinken ist wichtig. Das war ja niedlich. Was war das? Wir sollen nach links, also gehen wir natürlich erstmal nach rechts. Hier ist nichts. Ich finde das mega, ne? Ich finde das echt richtig schick. Was war noch so ein Roboter? Werde dir helfen? Wer mich da löst, oder wie? Also wir wissen anscheinend als Katze, wie wir diese... Wie wir diese... Diese Roboter... Benutzen. Okay. Ähm. Gut. Gut. Was sind das für Viecher? Aber viele. Ich weiß aber nicht, wohin ich laufen muss. Oh, 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 oh. Oh. Tiger. Robelswee. Oh, Gott. Alter, was ist das? Was sind das für Viecher? Dann nach links. Oh, die saugen sich bei uns voll, oder was? Weg mit euch, weg mit euch. Nein, 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 nein. Puh. Ihh, was waren das für eklige Viecher? Boah. Eklig. Ich schätze mal, er möchte, dass wir nach rechts laufen. Ja. Ja. Okay. Meine Lieben. Ich bedanke mich für's dabei sein. Und wir machen in der nächsten Folge weiter. Ich hoffe, es hat euch genauso gefallen wie mir. Ich liebe das Spiel jetzt schon. Bleibt dran, abonniert den Kanal, liked das Video, falls es euch gefallen hat. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut. Tschüss. Und wir sehen uns in der nächsten Folge.